Sie hatte mir und einer anderen Kollegin die beiden Weihnachtskarten gezeigt, die sie von den beiden Männern bekommen hatte. In einer der Karten waren zwei ganz komisch gefaltete 100-Dollar-Scheine drin. Sie waren von einem Häftling. Sie waren von einem Häftling. Sie waren von einem Häftling. Sie waren von einem Häftling.